Ihr seid auf der Suche nach einer mobilen Alarmanlage für das Auto, das Wohnmobil, das Gartenhäuschen oder wofür auch immer. Dann ist Bosch Spexor vielleicht genau das richtige Produkt. Mit knapp 12 cm Höhe, wirklich winzig, hat aber einiges auf dem Kasten, kostet ungefähr 250 Euro. Ob sich Bosch Spexor im Praxistest wirklich lohnt und was die Funktionen sind, das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal gemeinsam an. Ganz viel Spaß! Lieferumfang. Bosch Spexor kommt in einer kleinen, sechseckigen Verpackung daher. Im Lieferumfang befindet sich das mobile Alarmgerät selbst, ein Netzteil inklusive Micro-USB-Kabel, ein Quick-Start-Guide sowie ein QR-Code für die Einrichtung. Beim Unboxing hat man definitiv das Gefühl, ein sehr hochwertiges Produkt auszupacken. Technische Daten. Der gerade einmal 11,4 cm hohe Sicherheitsassistent Spexor ist mit unzähligen Sensoren bestückt, welche euch Auskunft über die Geschehnisse vor Ort geben. Das Gerät nutzt kombinierte Sensoren für die Einbruchserkennung, Messung der Luftqualität, Temperaturwarnung und mehr. Der fest verbaute Akku reicht im Energiesparmodus zwei bis drei Wochen aus. Das heißt, ihr benötigt nicht zwingend eine Stromquelle in der Nähe des Geräts. Im Gerät ist eine eSIM integriert, wodurch ihr die mobile Alarmanlage auch außerhalb der Reichweite eures WLAN-Netzwerks nutzen könnt. Die ersten zwölf Monate sind kostenlos, danach kostet der Dienst 11,99 Euro pro Jahr. Also alles noch im Rahmen. Hier muss ich ganz kurz einhaken, ich habe seit zwei Monaten eine Katze und der habe ich auch einen GPS-Tracker gekauft. Dort kostet der Dienst beispielsweise 60 Euro im Jahr. Deswegen finde ich die zwölf Euro im Jahr definitiv angemessen. Auf der Unterseite befinden sich vier Touchflächen, welche zur PIN-Code-Eingabe dienen. Über diesen PIN-Code könnt ihr das Gerät auch ohne Smartphone scharf stellen oder entschärfen. Die Eingabe funktioniert stets zuverlässig. Ansonsten gibt es lediglich einen physischen Knopf, welcher das Gerät ein- und ausschaltet. Die im oberen Teil integrierten LEDs geben euch Auskunft über den aktuellen Status des Geräts. Wenn ihr Spexor scharf schaltet, fangen die LEDs an zu pulsieren. Jetzt läuft eine Zeit von 60 Sekunden ab, in welcher ihr den Raum oder das Auto verlassen könnt. Sobald die LEDs durchgängig leuchten, reagiert das System auf die kleinste Bewegung. Dank des integrierten Akkus und der eSIM kann Spexor so gut wie überall zum Einsatz kommen. Im Falle eines Einbruchs bekommt ihr dann entweder per WLAN oder 2G-Verbindung eine Push-Notification auf euer Smartphone und das Gerät schlägt Alarm. Die Lautstärke der Sirene ist mit 90 Dezibel nicht die lauteste, sollte aber reichen, um jedem Einbrecher zu verjagen und zu signalisieren, dass der Einbruch erkannt wurde. Die Nachbarn werden den Ton aber keinesfalls hören, so laut ist das Ding dann wirklich nicht. Also würde ich sagen, hört man vielleicht ein, zwei Räume noch weiter, das war es dann aber auch. Egal ob Wohnung, Garage, Gartenhaus, Hotelzimmer oder Wohnmobil. Gerade durch die kompakte Form kann Spexor problemlos überall hin mitgenommen und unauffällig platziert werden. Gerade im Wohnmobil macht Spexor Sinn und würde ich jedem empfehlen, denn auf meiner halbjährigen Europa-Reise mit dem Van habe ich doch von sehr vielen Van-Lifern Einbruch-Stories gehört. Das Schöne ist, hier kommt jetzt Ende 2021 noch ein Update raus, sodass auch giftige Camping-Gase erkannt werden. Das heißt zum einen einen Schutz, falls ihr irgendwie einen Leck habt, aber zum anderen eben auch für die neueste Einbruchmethode, denn das haben wir jetzt wie gesagt auf der Reise auch von ganz vielen gehört. Es werden Leitungen nachts mit Gas in das Wohnmobil gelegt, dadurch werden die Leute betäubt und werden dann komplett ausgeraubt. Im schlimmsten Fall sogar werden die Leute dann auf die Straße gelegt und das ganze Wohnmobil wird weggefahren. Und genau davor schützt einen dann eben Bosch Spexor auch, denn dann kann man die Alarmanlage sozusagen nur auf Gase nachts einstellen, sodass ihr nicht irgendwie das Teil auslesen könntet über eure Bewegung, sondern das Ding ist dann wirklich nachts einfach ein reiner Gas-Warnmelder, was wirklich super, super wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit. Des Weiteren kann Spexor auch als Temperaturmelder eingesetzt werden. Liegt die Temperatur außerhalb des eingestellten Bereichs, erhält man eine Push-Notification auf das Smartphone. Auch die Luftfeuchtigkeit im Raum kann über die App eingesehen werden. Theoretisch könnt ihr auch noch die Außenlufterkennung und die Pollenbelastung in der App dazu buchen. Das macht für mich allerdings wenig Sinn, weshalb ich auf diese Zusatzfunktion verzichten werde. Aber wie schlägt sich Spexor jetzt im echten Leben? Ich würde sagen, dafür machen wir einfach mal kurz gemeinsam den Praxis-Check. Ich werde Spexor in meinem Van aufstellen, drei Einbruchsversuche simulieren und mal gucken. Eine Kamera drinnen aufstellen, ihr werdet sehen, wie gut das Ding auslöst oder auch nicht. Die Kamera drinnen aufstellen, ihr werdet sehen, wie gut das Ding auslöst. Die Kamera drinnen aufstellen, ihr werdet sehen, wie gut das Ding auslöst. Kann ich Bosch Spexor empfehlen oder nicht? Wie hat sich das Gerät jetzt bei mir in den letzten Wochen geschlagen? Ich würde sagen, für einen Preis von knapp 250 Euro derzeit auf Amazon ist es definitiv kein ganz günstiges Produkt. Sollte es einem aber absolut wert sein, wenn man überlegt, was hiermit alles verhindert werden kann. Dieses Ding war jetzt auf meiner jetzigen Reise leider nicht im Van verbaut, wird aber definitiv seinen Platz finden im nächsten Van, wenn es dann wieder losgehen wird. Ich bin begeistert, mich konnte das Ding überzeugen. Bosch hat mir das hier mal für einen ausführlichen Test für euch zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an der Stelle, deswegen steht hier oben auch Produktplatzierung. Eure Meinung in die Kommentare, habt ihr auch schon irgendwelche Erfahrungen selbst mit mobilen Alarmanlagen sammeln können? Vielleicht sogar schon selbst mit Bosch Spexor? Wie zufrieden seid ihr? Was für Updates würdet ihr euch noch wünschen? Ich muss sagen, gerade auch die integrierte Akkulaufzeit von zwei bis drei Wochen im Energiesparmodus ist halt auch eine feine Sache. Und dass man hier auch diese PIN-Code-Eingabe eben auf der Unterseite mit eingebaut hat und nicht immer zwingend sein Smartphone benötigt. Finde ich auch wirklich super gut gelöst. Ansonsten bedanke ich mich an der Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Like und Abo nicht vergessen, damit ihr auch zukünftig keine Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.